Musik So, haben die denn jetzt alles abgeholzt bei mir? Ne, natürlich nicht. Schön. Ähm, aber das Lager ist oran voll shit. Aber, okay, das ist auch, ach du, Heimatland. Ähm. Kein Wunder, dass die nichts mehr herstellen können. Ich brauche noch ein großes Lager. Äh. Als Lager verwenden, genau. Und alle Güter akzeptieren. Und dann einmal alles aus dem Lager. Ähm, da hin, da hin, da hin, da hin. Genau. Und da hin. So. Und jetzt die Roboterwerkstatt. Ähm, die ist hier. Oh, da machen wir so ein kleines 3x3-Feld. Das reicht vollkommen aus. Dü, 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 dü. Wir brauchen auch den Brennofen, dass wir... ...Clay und Holzkohle herstellen können. Tatsächlich. Hier ist ein einzelner Kampfroboter. Ernsthaft? Wo kommt denn der her? Lol. Genau. Ähm. So. Und... ...die will ich herstellen. Mehr brauche ich nicht. Okay. 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 Dann soll jetzt tatsächlich kommen der Ofen. Dann muss noch die Erzhütte kommen. Die haben wir schon. Die Werkzeugschmiede muss noch kommen. Die verbesserte Werkzeugschmiede. Dann können wir eigentlich gleich die bauen. Fünf mal drei. Ähm. Textilhammer. Roboterwerkstatthammer. Dann kommt hier der Ofen hin. Der kriegt natürlich wieder ein größeres Lager. So. Und dann kann einmal alles von da nach da. Alles von da nach da. Und alles von da wieder zurück. Und hier wird ausgewählt. Das. 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 Wobei. Das Kupfererz nicht. Äh. Hier wird nur das Kupferwerkzeug ausgewählt. Von dem Lager in das. Von dem. Ne. Nicht Kuh. Von dem Lager in das. Von dem Lager in das. Genau. 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 Dann. Die Erzschmiede. Kommt. Äh. Wo machen wir die denn hin? Machen wir da hin. Das Lager dazu. Kommt. Hier hin. So. Und hier kann rein. Das. 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 Und das. Das und das. Und was war das andere für ein Erz? Gold. Genau. Das. Das. Und das. Und was können wir da noch reinhauen? Wenn wir da noch reinhauen. Äh. Stahl. Das. 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 Hier einfach alles. Stahl, hol den Kahn da rein. Genau, genau. Warum geht's dir nicht gut, schlechtes Haus, bla bla bla. Upgraden, Upgraden, oh Junge, Junge, Junge. Und hier oben hatte ich irgendwo doch was... Ach nee, das war nicht hier, okay. Oh, was ist denn das? Eine Säule. Okay. Okay, okay, okay. Ah, um, 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 um. Warum baut ihr mir die jetzt nicht? Holzteil und Steinblock, Hammer. Ziegel, Steinblock, abgebautes Kupfererz. Okay, das haben wir tatsächlich noch nicht. Äh, da müssen wir mal sowas abbauen. Oh, nee. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Hallo Nitro Pro und guten Morgen. Wenn ich jetzt das da rein mache und da rein. Was holen die da raus? Okay, nur das was ins Lager soll. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir das auch gleich nochmal so hier. Jetzt kommen die ganzen Ärzte raus. Wow. Ich hätte auch gern einen Kupferrohblock. Äh, 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 doch Erzkupferblock. Oh ne, jetzt hol ich die anderen äh, äh, Dinger da raus. Die kann ich doch noch nicht verarbeiten. Scheiße. Ähm. Ähm. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Dann machen wir das nochmal. Okay, das steht jetzt auch. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt die Roherze. Nice. So viel von den Roherzen dürfte ich tatsächlich gar nicht haben. Doch. Okay, dann. Boot. Hallo. Jetzt. Hören wir damit einmal auf. Wir hören damit einmal auf. Äh, Lager. Ziegel und Holzkohle. Und hier darf natürlich auch noch Lehm rein. Oder Ton. So. Und da wir genug Ton haben, hören wir jetzt auf damit. Äh, und ich brauche noch mehr Häuser. Ich brauche noch mehr Häuser. Äh, dann tun wir gleich die Verbesserten hier bauen. Nein, das nicht. Äh, da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Hallo? Und da hin. Und da hin. Äh, was geht denn alles zu dem? Zu dem geht noch gar nichts. Holy shit, warum das? Okay, da hin, da hin. Aus dem Lager. Da hin, da hin, da hin. Das geht natürlich auch wieder zurück. Das geht natürlich auch wieder zurück. Das geht da einmal zurück. Äh, das aus dem Lager geht da hin. Das aus dem Lager geht da hin. Falls er da was braucht, da hin. Ja, müsste eigentlich alles gewesen sein. So. So. Und so. Ja. Gut. Vier Scheunen wollen die haben. Warum so viel? Gib es jetzt nicht. Das gibt es jetzt auf jeden Fall nicht. Kann man noch was bauen. Äh, das haben wir. Das haben wir. Metallwerkstatt. Die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Dann machen wir hier das Lager dafür hin. Äh, Werkzeugschmiede. Machen wir dann. Dahin. Ach, die haben wir ja schon. Hä? Warte mal. Das ist die verbesserte Werkzeugschmiede. Ja, nee. Dann brauchen wir die normale Werkzeugschmiede nicht mehr. Dann brauchen wir die tatsächlich gar nicht mehr. Also, das kommt da rein. Da kommt Baustein rein. Na, hier kann alles rein. Aber wortwörtlich alles. Dann kommen nämlich hier die Kupferrohrlinge raus. Dann, von dem Lager zu dem. Von dem Lager zu dem. Von dem Lager zu dem. Äh, ich glaube zwar nicht, dass der das braucht. Aber dahin. Und dahin. Und dann. Genau. Machen wir das alles so. So hier. Das ist mit dem Weg verbunden. Das ist gut. Ja. Insel verlassen. Wow. Wir haben es schon geschafft. Geil. Wir hätten es schon geschafft. Äh. Hier kommt auch nochmal ein Brunnen hin. So. So. Und dann machen wir hier jetzt irgendwo noch eine schöne Baumfarm hin, würde ich sagen. Können wir hier noch was anebenen? Naja, nur da hinten. Und hier hinten könnten wir noch was anebenen. Aber warum? Braucht Holzteile. Haben wir doch. Braucht er vielleicht ein größeres Lager. Dann kriegt er das. Jetzt wird produziert. Ah, okay. Okay, okay, okay. Genau, das wird da hergestellt. Da wird das hergestellt. Das ist sehr gut. Hm. Eine Elektronikfabrik. Die habe ich tatsächlich auch noch nie gebaut hier drin. Oh, die braucht Fließbänder. Oh Gott, das kann was werden. Uff, uff, uff. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal ordentlich hergestellt hier. Und wir bräuchten tatsächlich wieder Holzgriffe. Alter, was? Ich erfülle ja eine Aufgabe nach der anderen. Äh. Das da wollen sie haben. Dann setzen wir das da hin, würde ich sagen. Einmal Wegverbindner. So. Dann können wir hier wieder ein Lager hin machen. Genau. Was können wir denn hier anpflanzen? Gar nichts. Okay. Ähm. Depot-Eingang. Dahin. Depot-Ausgang auch dahin. Das von da kommt dahin. Sag mal. Und dann können wir tatsächlich... ...das mal so hier machen. Ja. mal ein bisschen was loswerden hier. Da können wir mal ein bisschen was loswerden. Hä? Die nehmen das doch von hier? Nach da, oder? Nee. Ach, von hier holen die sich das. Ah. Ich muss mir das merken. So. Das aus dem Lager. Dahin, dahin, dahin. Dahin, dahin. Dahin. Dahin, dahin. Die nicht. Ja. Dahin. Genau. Ah, ihr könnt das hier machen. Tatsächlich mal. Ein bisschen was loswerden hier. Ja. Ja. Na, ja, ja, los, macht mal. Gut. Muss reichen. Ja, da haben wir ein bisschen was. Da haben wir ein bisschen was. Da haben wir ein bisschen was. Und ich würde sagen... Ah, reichen. Ah, na, nee, 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 nee. Wir machen das erste Mal noch nichts weiter. Okay. 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 Hä, wo bringen denn die jetzt noch Zeug her? Ach, die holen das ab. Ah. Okay. 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 Da haben wir wieder mal eine kleine Armee Kampfroboter. Oh, das reicht aber tatsächlich noch nicht aus. Das reicht hinten und vorne noch nicht. was ist denn das hier? Ähm, was ist denn das hier? Steinrohling wird aber nicht hergestellt. Ah, gut. Was können wir denn noch machen? Wir könnten halt noch ein paar Bäume hier pflanzen irgendwo. Und zwar... Fichte, Eiche, Pflaumbaum. Das geht dann da rein. Und da rein. Und hier darf nur die Pflaume rein. Und die Pflaume kommt dann da und da hin. Nice, nice. Für die Nebengeräusche muss ich mich entschuldigen, aber ich glaube, ich werde krank. Und das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. So, Tee und Bier soll ich herstellen tatsächlich. Ja, gut. Können wir machen. Da kann man Feuerle setzen. Da kann man Feuerle setzen. Da kann man Feuerle setzen. Da kann man eins setzen. Ja, da noch gar nicht. Okay. Was kann ich denn jetzt noch so für Tiere anschaffen? Gorkins. Gorkins. Gut, 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 gut. Alter, dieses Lager, oh, das, nee. Das geht ja mal gar nicht. Fahrt mal bitte da rüber. Ihr müsst da, glaube ich, was für mich erledigen. Jep, ihr müsst Fledermäuse wegballern. Jo, das haben wir schon mal eingenommen. Alter, geht ja ruckzuck mit euch, ja. Okay, das nächste Ding ist befreit. Na, hier kommt noch was. Ja, macht ihr den Schleif jetzt mal tot, oder was? War's das schon? Lol, Tatsache. Das war's schon. Geil. Äh, da hoch gehen wir noch nicht. Wir fahren mal hier runter, denn hier unten ist auch noch ein bisschen was zu machen, so wie es aussieht. Fahrt mal bitte da rein. Da ist ein Gegnerlager. Macht das kaputt. Hä? Hä? Da kommt so ein Schleim-Batzner. Und da auch. Nice. Da haben wir ja jetzt im Grunde hier alles befreit. Dann dürft ihr wieder da hinfahren. Was ist das? Eine Faggel. Äh, dann... ...da einmal hin. Ach, haben wir schon gebaut. Dann da noch einmal hin. Oh, das ist schon wieder zu viel gebaut. Oh, das ist schon wieder zu viel gebaut. Da ist eindeutig schon wieder zu viel gebaut. Gut. So, das steht auch. Und tatsächlich dort dann auch ins hinsetzen, ne? Und wir müssen hier unten auch irgendwo ins hinsetzen. So. So. Ja, was ist das? Verlassene Bäckerei. Okay. 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 Dann, was ist das? Ah, da fehlt noch das hier unten. Dann das Stück. Okay. Okay, okay, okay. Warum werden hier Pflaumen... Hä? Hört doch auf, da sollen keine Pflaumen rein. Raus damit, die sollen da rein. Hä? Was soll das denn? Mann, Mann, Mann. Ja, schön, dass ihr mir Geld gebt, aber no, anfangen kann ich damit auch nichts. Pferdebahnhof brauche ich nicht, wir haben hier alles auf eben Fleck. Äh, Lagerfeuer. Lagerfeuer. Mini-Mini-Mini-Golfplatz, was? Den hab ich nicht mal, den kann ich nicht mal machen. Den kann ich nicht mal machen. Äh, okay, äh, ich verstehe da zwar jetzt gerade gar nichts, aber okay. Äh, 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 äh. Geil. Mann, 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 Mann. Brauchen wir noch mehr Häuser. Ja. Das leckt ja so schon ohne Ende. Oh, hier haben wir noch ein paar Roboter bekommen. Das ist geil. Hier könnte ich noch zwei Häuser hinbauen, tatsächlich. Eins, zwei, oh, ich kann sogar drei hinbauen. Geil. Ey, hörst du jetzt mal auf Schienen herzustellen? Ey, wo stellt man Stahlträger her? Hier drinnen? Nein. Hier drinnen? Nein. Hier drinnen? Nein. Ähm. Okay. So. Das muss mal alles raus, da. Verkaufen wir einfach mal ein paar Schienen. Das muss ja gut was bringen. Nee, bauen wir es da hin. Und eins da hin. Dann sind wir hier auch an der Grenze angekommen. Ja. Ah, Backsteinhaus, hier. Kolonisten 52. Ich hab grad mal für 45. Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Häuser soll ich denn hier noch bauen? Bitteschön. Wie viel soll ich denn hier noch? Boah, ich kann das Ding hier jetzt nicht wegmachen. Ne. Ne, hab da. Ey, ich muss jetzt einige Obdach losbleiben. So. Hab da davon. Mann, Mann, Mann. Ey. Ja, ne, komm. Lass mal so. Ähm. Palim, Palim. Aber warum Pferdescheune? Ich verstehe das einfach nicht. Ein Pferdebahnhof? Ne, ihr könnt doch vergessen. Baue ich nicht. So. So. Ja, Kolonisten 52, Backsteinhaus 47 bis 51. Geil. Bausteine. Vier Stück herstellen. Äh, so. So. Bausteine werden tatsächlich ordentlich benötigt. Jetzt der nächste Kampfroboter. Modernes Bauteil und veredeltes. Braucht der und der braucht auch veredeltes. So, ganz ehrlich? So, wir machen auch noch die Sperrroboter. Und eventuell noch so ein Heilroboter, wenn das geht. Ne, modernes Dingsbumsding geht nicht. Oh, lol. Die brauchen gar kein Lager. Ja, na dann. Kommt da so ein Ding hin. Äh, so, so, so. Jetzt hab ich hier ernsthaft so einen hässlichen Pferdewagen. Die sehen sowas von hässlich aus. Geht weg. Genau. Ich kann das gar nicht alles verarbeiten, was ich hier gerade bekomme an Sachen. Das ist ja mal richtig schlimm. Kämpft mal eine Runde. Oh. Da sind wir schon fertig mit Kämpfen. Ja. Ja. Was ist denn das da für eine Fahne? Die Grotierungsflagge. Lol. Ja, okay. So viel ist es tatsächlich nicht mehr. Hier oben sind dann definitiv noch ein paar Gegner oder Feinde. Hier unten haben wir schon fast alle ausgemerzt. Nice, nice. Nice, nice. Ich kann mich da nicht beschweren. Und mal ganz ehrlich, ich möchte, dass sie jetzt ein bisschen was verkauft. Ah lol, da verkauft er schon. Warte mal, was kriegen wir denn hier rein, bitteschön? Boah, Niederz. Oh Gott, wie kann man das verarbeiten? Das geht doch bestimmt bloß hier in der Werkstatt. Ich muss mich demnächst mal damit auseinandersetzen. Äh, fahrt mal bitte da hoch. Genau. Oh Gott. Oh Gott, Marottchen. Hier oben sind auch noch Gegner und die dürft ihr euch jetzt erstmal richtig schön kümmern. Schön, dass sie keine Gegner mehr sind auf der ganzen Insel. Okay, das Ding ist weg, wir können bis hierhin ausbauen. Und jetzt muss noch dieses Skorpion-Teil da oben weg. Der und der noch und dann müsste das hier einstürzen. Genau. Na, sehr schön. Und da kommt ein neuer Kolonist dazu. Ha, lol. Aber dann können wir jetzt hier alles so weit aufdecken. Das ist sehr nice. 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 So, hier unten kann man auch weiter aufdecken. Äh, hier können wir weiter aufdecken. Hier leider noch nicht richtig, aber ich setze trotzdem schon mal was hin. Äh, hier können wir weiter aufdecken. Und hier. Schön, schön, schön. Und hier kann ich noch eine ganze Menge einebnen. Wow. Ja, das ist wirklich eine Menge zum Einhebnen. Das ist wirklich schon mal eine Menge. Oh. 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 Wir haben noch eine Höhle noch. Ach, hier drüben geht's. Oh, hier geht's noch weiter. Schön. So. war erstmal alles eingeebnet. Zumindest so weit, wie ich vorankomme. Äh, das hier weg. Das 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 weg. Äh, das weg. Das weg. Das weg. Äh, das hier kann alles weg. Das da kann weg, das kann weg, das hier kann alles weg, das kann weg, das kann weg. Im Grunde kann ich hier einfach alles weg, damit ich weiter einebnen kann. So, so, das da noch, ich glaube das müsste dann tatsächlich alles gewesen sein fürs Erste weg machen hier, da ist ein X drauf, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, reicht das aber für heute? Äh, löschen, löschen, speichern, habe ich das jetzt gespeichert? Autosave, löschen, speichern, so, ich würde sagen, das reicht für heute, ich habe knapp meine zwei Stunden guten Morgen streamt, wenn euch die Streams gefallen haben, wäre es schön, wenn ihr zu den nächsten Streams entscheidet, wenn meine Kinder nicht da sind, streame ich da, ich hoffe wir sehen uns im nächsten Stream und ich wünsche euch noch einen angenehmen, wunderschönen, warmen und sonnigen Tag. ARD Text im Auftrag von Funk